Hallo, wir sitzen jetzt schon auf unserem Zeltplatz in großen Kneten, wo nächste Woche unser Sommerzeltlager beginnt. Unsere Vorbereitungen laufen natürlich schon auf Hochtouren und am Donnerstag fährt dann die Oberrunde los zum Platz und baut alle Zelte auf. Und am Freitag fahren wir dann mit den Kindern hier nochmal hin und unser Zeltlager beginnt dann. Im Moment ist das Wetter eigentlich richtig gut, aber wir hoffen natürlich, dass in unserem Zeltlager das Wetter noch viel, viel besser wird. Genau. Um euch einen kleinen Einblick zu verschaffen, haben wir euch ein paar Gegenstände mitgebracht. Hier zum Beispiel einen Hering, den brauchen wir für die Zelte, um sie aufzustellen. Dann haben wir eine Rolle Tape mitgebracht. Diese brauchen wir auch eigentlich immer, einmal auch zum Festigen von Gegenständen oder auch für Spiele, wo sie auch immer ganz beliebt sind. Dann haben wir einmal unsere Jacke mitgebracht aus dem letzten Jahr. Hier sieht man einmal den Stempel, der immer auf unseren Jacken und T-Shirts ist. Dieses Jahr werdet ihr eure T-Shirts selber gestalten und wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch diesen Stempel drauf bekommen. Genau. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, bringt auf jeden Fall Autan mit gegen die ganzen Insekten und Mücken und vor allen Dingen feste Schuhe. Und falls ihr noch nicht angemeldet seid, noch könnt ihr euch Anmeldungen holen und euch ganz, ganz schnell anmelden. Die gibt es meistens im Forum und im Messenger. Genau. Wir freuen uns auf euch.